Okay, Freunde, bevor das Video jetzt gleich reingeht, es wird ein ganz, ganz kurzes Video wieder werden. Morgen kommt aber ein sehr langes Video wieder online, also ein über 10 Minuten Video. Ich wollte den Vlog heute hochladen, habe es zweimal probiert. Zweimal wurde es gesperrt, weil man irgendwelche Bildmaterialien noch sieht, die man nicht sehen darf. Deswegen, es tut mir leid, verspätet sich dann doch bis morgen, Italien-Spanien-Vlog. Deswegen genießt es morgen, es wird ein geistkranges Video, Freunde. Ihr werdet die Live-Reaction vom ganzen Elfmeterschießen sehen, von den ganzen Toren. Mit meiner Familie, also es wird todeslustig auch für euch werden, als neutraler Zuschauer, sage ich mal. Guckt euch diese Flagge an, Freunde. Wunderschön. Nun gut, dann wollte ich euch heute nicht ohne Video lassen, deswegen habe ich ganz kurz mein Summerstars-Pack geöffnet. Geisteskrank. Schaut selber und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen mit einem Vlog wieder. Und ja, schönen Abend noch. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr gezogen habt. Und was sagt ihr, England, Italien? Gerne in die Kommentare. Wir haben das Summerstars-Upgrade, oder die Summerstars-Upgrade-SPC bekommen. Ich bin gespannt. Okay, wir gehen rein, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Let's go, Summerstar-SPC, oder ist es eine garantierte Romero-SPC, ne? Ich glaube, das ist der schlechteste, den man ziehen kann. Oder es wird jetzt hier ganz, ganz wild mit Portugal. Oder es wird Modric. Oh, Modric. Ist das nicht Top 3? Keine Sorge, ich hätte jetzt nicht einen Titel schreiben, aber... Uff, Modric ist ja nicht Top 3, aber Top 5, der kostet 600.000 knapp. Wir haben, Alter, wir haben Top 5 Summerstars gezogen, Chad. Modric hat eingebaut. Ich werde ja nochmal die aller, allerletzte Weekend League, diese Weekend League spielen. Und, Alter, Modric, Geist ist krass. Ihr seht es hier, wird 530.000 Euro auf den geboten. Die Karte ist... Oh mein Gott. Ich bin irgendwie gehypt, Jungs. Wir haben es im Juli. Ey, Mann.